Im 5. Hugenottenkrieg zwischen den französischen Protestanten, den Hugenotten und den Katholiken gab es keine größeren Schlachten. Das langsame Sterben von Karl IX. überschattete das erste Jahr, in dem es noch gewisse militärische Aktivitäten gab. Der jüngste Bruder Franz intrigierte mit den Hugenotten, vor allem mit König Heinrich I., von Nawarab gegen den Thronfolger, den späteren König Heinrich III., der in der Ferne als König von Polen auf den Tod seines älteren Bruders wartete. Der königliche Bruder und Heinrich von Nawarab wurden verhaftet, aber nicht hingerichtet. Da die Hugenotten Zulauf von bedeutenden Militärs bekamen und ein aus dem protestantischen Deutschland gestelltes Hilfskor hinzukam, riet der Herzog von Mayen dem König zum Friedensschluss. In dem ausgehandelten Frieden, dem sogenannten Edikt von Bouillieu vom 6. Mai 1576, erreichte Heinrich von Nawarab bessere Konditionen für die Hugenotten als je zuvor. Religionsfreiheit Jetzt acht hugenotische Sicherheitsplätze Der aus Polen zurückgekehrte Heinrich III., wollte zunächst Ruhe haben. Zeitleiste der französischen Hugenottenkriege 1551 Edikt von Chateaubriand 1557 Edikt von Kompiègne 1559 Edikt von Iquen 1562 Edikt von Saint-Germain-Onlay Blutbad von Vassi Erster Hugenottenkrieg 1563 Edikt von Ongboise 1567 Zweiter Hugenottenkrieg 1568 Dritter Hugenottenkrieg 1570 Frieden von Saint-Germain 1572 Bartholomeus' Nacht Vierter Hugenottenkrieg 1573 Pazifikation von Bologna Belagerung von La Rochelle 1574 Fünfter Hugenottenkrieg 1576 Edikt von Bouillieu Sechster Hugenottenkrieg 1577 Frieden von Bergerac 1579 Siebter Hugenottenkrieg 1580 Friede von Fleix 1585 Achter Hugenottenkrieg 1598 Edikt von Nantes 1621 Belagerung von Montauban 1627 Belagerung von La Rochelle 1629 Gnadenedikt von Ilz 1685 Gnadenedikt von Bologna 1675 Siebter Hugenottenkrieg 1588 Gnadenedikt von Bologna 167 Zirka 15 majesty